Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute wieder Mech Arena und ich habe noch drei Stunden Zeit für die letzte Phase beim Wettbewerb und das werde ich dann auch gleich machen. Viel Spaß. Okay, die erste Runde geht los. Übrigens, ich habe fünf neue Mechs eingebaut, eingesetzt. Mist, links nehmen wir es keiner. Oh nein. 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 Ah, shit. Voll verzockt. So eine Mist. Dann kommt jetzt der hier dran. Tak 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 tak. Ja, klar. Das Bam Bam Bam. Jawoll. Wiii. Einmal springen. Nachladen. Ah, das gibt es doch nicht. Ich brauche eine andere Waffe, die mehr Scha macht. So werde ich doch niemals erster. Na da. Rache. Ja. Das ist das Problem. Well done. Humiliation. Well done. Double kill. Well done. In the fire! Oh, Schmutzflinte. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Nicht so mein Tag, ja. Obwohl, ich bin ja noch Erster. Dann nehme ich den jetzt. Ich starte hier. Und. Okay, ich bin noch Erster. Neun. Okay, gewonnen. Mit neun. Gut. Ich kann nur noch fünf Punkte holen. Ich habe jetzt schon drei Punkte gekriegt. Da kann ich ja nur noch eine Runde spielen. Wenn ich gewinne. Erstes Spiel heute, da sind immer ganz viele Queste fertig. Da, drei Punkte. Siegpunkte. Zwei kann ich noch holen. Und dann muss ich was anderes spielen. Bis gleich. Die Runde Nummer zwei. Wenn ich gewinne, sind das die letzten Punkte für die Arena. Oh. Oh. Oh, ja. Oh ja. Oh, ja. Noch bin ich erst da. Nehme ich jetzt den hier. Geh da hin. Ich bin nicht mehr erst da. Das gibt es doch nicht. Ich bin nicht mehr. 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 Dann war das die letzte Runde. Dann will ich gleich was anderes spielen. Weil Wettbewerb geht nicht mehr. Dann bis gleich. Okay. Die Runde Nummer 3. Das ist jetzt so ein Einnehme-Match. Einnehme-Match. Und Kontrollpunkt-Match. Match. We have taken the loop. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufladen. Es war gut. Es war gut. Ah, Mensch, ich hätte weiter hinten stehen müssen, war dumm von mir, ich weiß. Ich hatte wenig Auswehr. So ein Mist. Nein, die haben die Mitte eingenommen. Meine Quest ist kaputt. Meine Quest ist kaputt. Gut. So, ein Mist. Hätte ich über den genommen. Yippie. Oh, ich bin Nummer eins. Nice. Ah, ärgerlich. Na gut. Andere Tränkweste fertig. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auch nächstes wieder dabei sein. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.